Gabriel Scharnitzky ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Gabriel Scharnitzky wurde in Amberg geboren, wo sie auch aufwuchs. Nach dem Besuch der Dr. Johanna Decker Realschule machte sie eine Ausbildung bei einem Reisebüro. Sie arbeitete bei Pan Am und reiste viel. Danach ging sie nach Berlin, um sich dort als Schauspielerin ausbilden zu lassen. Sowohl in Berlin wie auch in New York stand die Theaterschauspielerin auf der Bühne. Seit 2000 gibt sie als Schauspielcoach ihre Erfahrungen an den Nachwuchs in ihrer Ektas Losch weiter. Später zog sie in die nassauische Residenzstadt Itzstein im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis. Gabriel Scharnitzky drehte zahlreiche Kino- und Fernsehproduktionen im In- und Ausland. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Sophie von Bramberg, die sie von 2005 bis 2007 in der Sattelenovela verliebt in Berlin spielte. Vom 31. Juli 2009 bis zum 29. Juli 2010 spielte sie in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe die herzkranke, intrigante Cosimas Astro. In der 2010 in London produzierten Dokumentation The Empty Plan über das Leben und Werk von Berthold Brecht und Helene Weigel verkörpert sie diese in der Hauptrolle. Scharnitzky wirkt im Jahre 2010 an der Präventionskampagne des Vereins Vergiss Aids nicht TV mit Filmografie, Fernsehen 1994, Scheidungsgericht 1995, Alarmcode 112 1997, Who is Oskar Lecke 1998, Abgehauen 1999, Mordkommission 2000, Großstadtrevier 2000, Helikoppseinsatz über Berlin 2000, Aus gutem Haus 2001, Polizei Ruf 110, 2001, Die Cleverin 2001, Nur mein Sohn war Zeuge 2002, Wolfsrevier 2002, Im Namen des Gesetzes 2003, Schloss Einstein 2005 zu 2007, Verliebt in Berlin 2008, Bohnen Kickers, The Lines of War 2008, Morgen räum ich auf 2009, Dahoam ist Dahoam 2009 zu 2010, Sturm der Liebe 2012, Heiter bis tödlich, Aktex, Der fröhliche Mönch, Film 1986, Target 1987, Delinquenten 1987, Einfach so 1987, Blaha 1993, Mesma 1993, Mesma 1994, Rosenkavalier 1994, Across Arabic Water 2000, 12 Uhr Prignitz 2001, Gib nie auf Steven 2003, Anime Velogie 2004, Meine Frau, Meine Freunde plus ich 2005, Schöner Leben 2006, Tour Exzessive 2006, Verliebt in Berlin das Jahr Wort 2007, Neben der Spur 2010, The Empty Plan 2011, Sherlock Holmes 2 2013, More Than Friendship 2013, Fragmente, Theater 1985, Room Service 1992, Hobbs Kosch 1996, Richard III 1996, Fear and Misery of the Tödreich 1998, Edmund 2001,199999, Ich der brennende Wüstenwind 2002, R.E.M. Phase 3 2002, U.L.Y.S.S.E.S.2. 3 3 4 4 10